Hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Read Skyrim und wir sind hier noch immer bei den Gefährten in der Halle und da gibt es auch noch eine Buchauswahl und da beginnen wir mit dem Buch Der Kuchen und der Diamant von Athyn Muendil. Also, ich unterhielt mich gerade mit ein paar Rattenkollegen im Ratteontopf, einem Club für Fremde in Altruhen, als ich die Frau zum ersten Mal sah. Bretonische Frauen sind im Ratteontopf nicht gerade selten. Dieses Volk ist häufig weit von seinen hochgelegenen Heimen in Hochfels anzutreffen. Aber alte Bretonenfrauen sind nicht so wanderlustig und die schrumpelige alte Frau zog die Aufmerksamkeit auf sich, indem sie durch den Raum lief und mit jedem sprach. Nimloth und Oediat saßen auf ihren Stammplätzen und tranken das Übliche. Oediat prallte mit etwas, was er auf unerlaubte Weise an sich gebracht hatte. Einen Riesendiamanten, so groß wie die Faust eines Säuglings und so rein wie Quellwasser. Als ich ihn gerade bewundern betrachtete, hörte ich hinter mir das Knacken alter Knochen. Guten Tag, Freunde, sagte die alte Frau. Mein Name ist Abbele Kredite und ich suche nach finanzieller Unterstützung, um die Reise nach alter Retarina zu bewältigen. Almosen bekommt ihr im Tempel, sagt Nimloth, barsch. Ich suche keine Almosen, sagte Abbele. Ich möchte euch dafür meine Dienste anbieten. Mir wird gleich schlecht, alte Frau, lachte Oediat. Sagtet ihr, euer Name sei Abbele Kredite, fragte ich. Seid ihr verwandt mit Abbele Kredite, der Alchemistin von Hochfels? Eng verwandt, sagte sie mit einem Gackern. Wir sind ein und dieselbe Person. Vielleicht könntet ihr euch im Austausch gegen euer Gold einen Zaubertrank bereiten. Ich habe bemerkt, dass ihr einen sehr schönen Diamanten besitzt. Die magische Eigenschaften von Diamanten sind grenzenlos. Tut mir leid, alte Frau, den gebe ich nicht für Magie her. Es war schwer genug, ihn zu stehlen, sagt Oediat. Ich kenne keinen Hehler, der mir Gold dafür gibt. Aber dafür behält euer Hehler einen Teil davon für sich, nicht wahr? Was, wenn ich euch dafür einen Zaubertrank der Unsichtbarkeit geben könnte? Im Austausch für diesen Diamanten erhaltet ihr dann die Mittel, um noch viele weitere zu stehlen. Ein sehr gerechter Austausch von Dienstleistungen, würde ich sagen. Das stimmt, aber ich habe kein Gold, das ich euch geben könnte, sagte Oediat. Ich nehme das, was von den Diamanten übrig ist, wenn ich den Zaubertrank fertig habe, sagte Abele. Wenn ihr ihn zur Diebesgilde brächtet, müsstet ihr auch all die anderen Zutaten bringen und noch dafür bezahlen. Aber ich habe meine Kunst in der Wildnis gelernt, wo es keine Trankmischgeräte gab, mit denen man Diamanten zu Staub auflösen kann. Wenn man alles mit der Hand macht, ist man mit etwas Geschick auch mit den Überbleibseln gesegnet, die dieses allwärmen Trankmischgerät in der Gilde einfach schlucken. Das klingt ja alles sehr schön, sagte Nimloth. Aber wie wissen wir, ob euer Zaubertrank wirkt? Wenn ihr einen Zaubertrank macht, den Rest von Oediat Diamanten nehmt und fortgeht, dann wissen wir erst, wenn ihr fort seid, ob der Zaubertrank wirkt oder nicht. Ah, Vertrauen ist heutzutage ein seltenes Gut, seufzte Abele. Ich könnte wahrscheinlich zwei Zaubertränke für euch machen und dann wäre immer noch ein wenig vom Diamanten für mich übrig. Nicht viel, aber vielleicht genug, damit ich nach Altredania bekomme. Dann könntet ihr den ersten Zaubertrank gleich hier und jetzt probieren und sehen, ob ihr zufrieden seid oder nicht. Aber, unterbrach ich, ihr könntet einen Trank machen, der funktioniert und einen, der nicht funktioniert und mehr von den Diamanten nehmen. Sie könnte euch sogar ein langsam wirkendes Gift geben und bis hin nach Altredania gelangt wärt ihr tot. Verdammte Kühnere, was seid ihr für dumm und misstrauisch. Es wird kaum etwas von den Diamanten übrig bleiben, aber ich könnte zwei Zaubertränke von jeweils zwei Dosen machen, damit ihr euch vergewissern könnt, dass der Zaubertrank funktioniert und keine negativen Auswirkungen hat. Wenn ihr mir immer noch nicht traut, kommt mit an meinen Tisch und seht mir zu, wenn ihr wollt. So wurde beschlossen, dass ich Abele an ihren Tisch mit ihren Reisetaschen voller Kräuter und Mineralien begleiten würde und darauf zu achten, dass sie nicht zwei unterschiedliche Zaubertränke braute. Die Zubereitung dauerte bald eine Stunde, aber sie war so nett, mir ihre halb gefüllte Weinflasche zu überlassen, während ich ihr bei der Arbeit zusah. Das Aufbrechen des Diamanten und das Zermahlen der Teile dauerte am längsten. Wieder und wieder bewegte sie unter uralten Zaubersprüchen ihre Knotigen Finger über den Edelstein und brach die Facetten des Steins in immer kleinere Stücke. Nebenher bereitete sie passten von gehacktem, bittergrün, zerstoßenen, roten Del Arco, Sparig, Knollen und Tröpfchen von Zilinieröl. Ich trank den Wein vollends aus. Alte Frau, sagte ich endlich mit einem Seufzer, wie lange dauert es denn noch, ich werde es müde, euch bei der Arbeit zuzusehen. Die Magiergilde hat der Bevölkerung weiß gemacht, dass Alchemie eine Wissenschaft sei, sagte sie. Aber wenn ihr müde seid, dann ruht eure Augen aus. Meine Augen schlossen sich scheinbar aus eigenem Antrieb, aber es war etwas in dem Wein gewesen. Etwas, das mich dazu brachte zu tun, was sie mir sagte. Ich glaube, ich bereite euch den Zaubertrag als Kuchen auf, so ist es viel wirkungsvoller. Jetzt sagt mir, junger Mann, was werdet ihr, werden eure Freunde tun, wenn ich ihnen den Zaubertrag gebe? Euch auf der Straße überfallen, um sich den Rest des Diamanten zurückzuholen, sagte ich einfach. Ich wollte nicht die Wahrheit sagen, aber da war es, da war sie. Das dachte ich mir, aber ich wollte sicher sein, ihr könnt jetzt die Augen öffnen. Ich öffnete die Augen, Abele hatte ein paar Dinge auf einer Holzplatte angerichtet, zwei kleine Kuchen und ein silbernes Schneidmesser. Nehmt die Kuchen und bringt sie zum Tisch, sagte Abele, und kein Wort, außer um mir in allem, was ich sage, zuzustimmen. Ich tat wie geheißen. Es war ein seltsames Gefühl. Es machte mir eigentlich nichts aus, ihre Marionette zu sein. Natürlich ärgere ich mich im Nachhinein darüber, aber zu der Zeit erschien es mir völlig natürlich, ihr ohne auch nur eine Frage zu gehorchen. Abele gab Oediat, die Kuchen und ich bestätigte pflichtgemäß, dass beide Kuchen auf die gleiche Art gemacht worden seien. Sie schlug vor, dass er einem der Kuchen in zwei Hälften schneiden sollte und sie würde ein Stück nehmen und er das andere, damit er wusste, dass sie wirkten und nicht vergiftet waren. Oediat hielt das für eine gute Idee und er verwendete Abeles Messer, um den Kuchen zu schneiden. Abele nahm das Stück links und steckte es sich rasch in den Mund. Oediat nahm das rechte Stück und schluckte es mit größerer Vorsicht. Fast sofort verschwanden Abele und alle Taschen, die sie bei sich hatte. Bei Oediat tat sich nichts. Warum hat es bei der Hexe funktioniert, aber nicht bei mir, rief Oediat. Weil der Diamantenstaub nur auf der linken Seite der Klinge war, sagte die alte Alchemistin durch mich. Ich spürte, wie ihre Kontrolle nachließ, während die Entfernung zu ihr wuchs und sie unsichtbar durch die dunkle Straße von Altru eilte, fort vom Ratte und Topf. Wir haben Abele, Tridite und den Diamanten nie wieder gesehen. Ob sie ihre Pilgerreise nach Altredinia beendet hat, wer weiß. Die Kuchen hatten keine Wirkung, außer da Soediat fast eine Woche lang Durchfall hatte und sehr schwach auf den Beinen war. Okay Leute, hinter geht keinen Dieb und schon gar nicht eine Alchemistin. Ja, Abele, danke für diese nette Story, war echt cool. Auch tun wir ein Dillen, vielen Dank. Leute, wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.